Wo wollen wir out? Shifty Shades of Grey, down! Ich geh da hin Zimi Die da, die Schrot, schnapp sie dir, bin down Ich fliege noch und der Ball zielt schon auf mich mit seiner Schrot Ich komme, ich komme, ich komme Hab ihn Finishing, immer schön finishing Nein, da kommt noch einer Wo bist du? Ja, guck mal, meine Leben, Alter, 17 Böll ziehen, böll ziehen Habe ihn Nein, was? Und da ist noch einer Zack, bin down Nee, Alter, du bist viel zu hoch Überhaupt nicht Doch, klar, gib dir mal, wo ich bin Ach, lol, ich habe da hinten das angepeilt Diesen Schrottding Doch Du Dödel Ja, ich komme von außerhalb mit, mit was komme ich Mit einer Falle und Munition Oh, nein, ich habe einen ferngesteuerten Raketenwerfer Dann such mich mit dem Das ist eine gute Idee Ich versuche jetzt in der City noch was abzugeiern Da sind zwei Als ob, du Spaß Da rechts, rechts, rechts Ja, da, 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 da Bauen sie, bauen sie Ich habe einen gekillt Als ob Ich höre sie Aber ich sehe keinen von denen Baller mal da ein bisschen rum Nee, echt mal Baller erst einen Trank rein Nice Double kill Alter, du hast sie echt Waren da noch welche? So, wir müssen flitzen Hast du das? Von rechts hinten Ja, da, da ist er Ja, ich habe ihm schon gut gegeben Er ist down Go Wie lange fliegen die Addas, die Dauer? Aber es ist leider nichts zu sehen Sieht nicht Doch, doch, hab zwei Gegner Hab zwei Gegner Hab zwei Teams Drei Teams, glaube ich Jeppy, go, go, go Die holen wir Ich habe keinen Schuss mehr für den Oh nein Vor mir direkt, wo ich drauf zulauf, ist gebaut Da läuft da, da läuft einer Ich sehe ihn doch Ich sehe ihn doch Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn Und Bam! Er hat gebaut Mich direkt abgewehrt Dann baller noch eine direkt hinterher Mach Druck, ich pushe Ja, ich komme von oben diesmal mit der Rakete Damit wird er, glaube ich, nicht rechnen Ja, oder Du ballerst die Rakete Und ich ballern derzeit Die Wand auf Und dann musst du genau rein, wenn Und BATZ! Habt rein gezommert Habt die Orientierung verloren Ah, da lang Ich komme Nein, er hat mich gedown Was? Als ob Der Tain Hast du ihn denn schon gehittet? Äh, das ist ein anderer Gegen den du grad kämpfst Was? Als ob? Nein! Bin generell so in dem ganzen Bereich Mega OP Oh, raus Ja, bin schon Ich weiß gar nicht wohin Straight down, straight down Einfach straight down Hier ist ein Trank schon gesehen Easy Spot gemacht Als ob du ein Arsch bist Der kommt von rechts Mit dem Rocket Launcher Musst du Hoborten Machst du schon Jeppo Machst du Flatz da Da weggefletzt Da ist noch einer Einer kommt von hinten Der umcircelt dich Nein! Als ob Dir bist du denn schon wieder so vorgelaufen? Ja! Ich bin der Flappo Warum bist du wieder vorgelaufen? Spaß Komm, Shifty Shifty ist eigentlich cool Nee, das heißt nicht Shifty Chefs Das heißt Vorhaut Ja, hier sind echt viele Leute Habe ich gesehen Deswegen bin ich schon weg Nice nice, wenn ich was zu bauen hätte Ja, soll ich jetzt hier mitbetteln Oder soll ich zu dir kommen? Mach, was du willst Aber wenn du nicht kommst Musst du gleich zugucken Aber ich bin zu schlecht Die sind auch bei dir Zwei Stück sind direkt um dich rum Einer in einem Haus Einer auf der Straße Ich komm Ja, ich bin hier dickste am Gämpfen Ja, das ist halt echt deine Schuld Da ist er Das ist nicht meine Schuld Die sind zu zweit Ich bin allein Ja, wenn du da einfach komisch landest Ich bin richtig gejumpt Aber wenn du einfach 10 Jahre zu spät rausjumpst Da liegt noch nichts für Haha Ja Hast du das gesehen? Ja Er hat sich wahrscheinlich richtig gefreut Oho, da ist er Da ist er Hab ihn gehört Und dann hat er Er hat da grad gelootet Ja Da ist er, da ist er doch Das Problem ist meine Muni Sonst spring runter gleich Und versuch dir noch ne Waffe zu Grabben Ciao Mann ey Übrigens Welches findste von meinen Videos am coolsten? Schon das letzte, ne? Von gestern, oder? Ja, das wo ich drin bin, oder? Ja, ja Das wo du auch nicht bist Bei Tomatotown Tomatodown Haha Es hat sich aus Versehen gereimt Ach als ob Ich hatte doch schon was markiert Ja, ich doch auch Ach doch, dass ich die Pläne erinnern Ich hab doch gesagt Tomatotown, Tomatodown Gini, sag das doch Wenn du dann nicht down gehst, kann ich ja nix dafür Wir sind aber Lonely Ranger hier, oder? Ja, weil's hier nichts gibt Klar gibt's hier was Ich hab schon ne Schrot Obwohl ich nicht mal gelandet bin Die hab ich vor dir Jetzt kommen meine Photoshop Edit Skills Nice Boah Junge, geh mir nicht auf die Eier hier mit der Scheiße Ich glaub das wird ne lange Wunde Oh, hier ist noch einer Wo? Haha Warte, dann ist hier noch einer Chill, chill, chill Ja, der ist grad erst hier gelandet Dann ist vielleicht sein Second Boy richtig gelandet Aber er ist halt ein Hurensohn und hat sich verflogen Oder hatte ein Disconnect und war dann hier Ja, oder ein Launchpad Ich kassier Fallschaden, nur um die vor dir zu kriegen Sehen Die Lidasgar Ach, du hattest sie gar nicht gesehen? Kann gut sein, war nämlich gar keine Junge Ja, Alter, hier gibt's einfach nix Oh, ich hab grad auf die Karte geguckt Einfach direkt vor mir im Kopf Hab einen Nein, nachladen Als ob Easy An meinem als ob erkennst du, dass ich selbst grad nicht glaub, dass ich die einfach gekillt hab Das werde ich halt echt reinschneiden als erstes Damit alle denken so, yo, Alter Der Sharkstair ist so krass, Alter Er ist ja wirklich übertrieben heftig Hast du schon mal mit der hier probiert zu spielen mit der taktischen Maschinenpistole? Die ist echt gut Nein, Junge Der push schon wieder, du Alter Nein Direkt rechts von dir, direkt rechts von dir Da ist noch ein anderer Direkt rechts, der ist da oben Ja, der gehört doch zu dem, oder nicht? Der steht mit dem Rücken Ja, aber der gehörte doch trotzdem zu dem Ja, Mann, Alter Voll reingekekelt Nee Ich nicht Kannste nicht so gut wie ich das Retail No Down Alter, hier sind übel viele Hier sind welche im Haus links Und zwar drei Drei oder vier Stück Zwei Teams sind da Ich seh welche Oh, fuck, ey Ich krieg doch Fallschaden hier jetzt Ja, halbtot Genau da oben Hier waren drei Leute grad Hab ich vom Turm aus gesehen Hör doch, die Shots Ich seh sie doch Hier sind sie drin Hier sind sie drin Hier geht die Luzi Hab einen Hab beide Nice Und den dritten auch noch Und da kommt der JP Leicht zu spät Aber trotzdem Danke fürs Kommen Ich bin die ganze Zeit im anderen Haus In deinem Haus In deinem Haus Ich umzirkel jetzt die Stadt Und versuch sie dann noch alle weg zu pflänzen Ich weiß auf jeden Fall welche Runden ich am Anfang schneide Da hinten ist einer gestorben See me booste LOL Ist das ne Trap? Ist das ne Trap? Ab Raketenwerfer Ich seh hier einen Ist down Wo bist du? Hab ihn gut gehittet Ich hab einen grad noch gekillt Kann der jetzt mal sterben? Hab ihn Hahahaha Hahahaha Jaaaa Jaaaa Wie geilo Du Arsch Oh lol wurde gehittet Von hinten auch LOL Ich hab den mit der Granate gekillt What? Ja und von hinten auch Hast recht Tatsache Ich hab den einen mit der Granate Das war ne random Granate Kannst du mich healen? Hinter uns ist einer ne? Ach lol der hat dich gedauert Ja Nur einer? Ich weiß es nicht Hab den nicht gesehen Ich hab ne Granate geworfen Dann war ich down Oh da ist noch einer Flappo Der Flappo muss jetzt kurz zu unserer Mutti Ich hoffe es hat euch gefallen Und in dem Sinne Lasst auf jeden Fall ein Like da Ich wünsche euch was Und die Glocke aktivieren Ciao